Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was Sie hier hinter mir auf der Video-Wall sehen, ist meine Tessiner-Kollegin vom GOP-Studio. Ihr geht es wie allen anderen Moderatorinnen. Vor dem Studio kommt zuerst die Maske und dort braucht man meistens auch die Studio-Line. Die neue Tendenz bei den Frisuren heisst dieses Jahr extremen Halt, Glanz und natürliche, schwungvolle Frisuren. Bist du zu schüchtern? So zu glänzen? Die neue Technologie von L'Oreal. Studio-Line High-Gloss. Kein Haarspray glänzt und stylt mehr und mehr. Neu High-Gloss Haarspray. Strahlender Glanz und dauerhafter Halt. Ohne zu beschweren. Studio-Line High-Gloss von L'Oreal. Weil ich es mir lehrte. Die neue Generation Studio-Line von L'Oreal ist jetzt in unseren Läden. Mit neuem Sprühkop für sanfters Auftragen, zum Fixieren ohne steif zu wirken und für ultra starke Fixierung. Und das Schönste daran, alles offerieren wir Ihnen zum ultra starken Aktionspreis. Ebenfalls offerieren wir Ihnen diese Woche knackige Peperoni und unser Studio-Koch, der Armin Amrein, hat ein passendes Rezept mitgebracht. Richtig, es sind die Peperoni gefüllt mit einer Bulli-Bröstli. Grüezi miteinander. Risotto in einer Buio-Gar kochen und abkühlen lassen. Dann greiert ihr ein Ei und Mascarpone dazu. Würzen und die Füllung gut vermischen. Auch die Bulli-Bröstli würzen und auf beiden Seiten kurz anbraten. Rausnehmen und abkühlen lassen. Von der Peperoni den Längsweg einen Deckel abschneiden und die Kerne rausnehmen. Zuerst einen Teil füllig, dann ein Bulli-Bröstli reinlegen und nochmal füllig obendrauf geben. Jetzt den Deckel wieder drauflegen und jede Peperoni mit zwei Speckdraschen satt umwickeln. Dann in einer Gratinform im 200 Grad vorgeheizten Ofen garen. Nach ca. 30 Minuten ist es soweit und man kann die gefüllten Peperoni zusammen mit einem Salat servieren. Auch meine Kollegen in dem Coop-Restland haben diese Woche einen Mönigvorschlag für Sie beraten. Es ist ein paniertes Schwindschnitzel mit Minirösti und Blumenkohl von Coop Naturaplan. Auch Oswärts will man ja so gut wie möglich essen. Lassen Sie sich vor oder nachher mich kaufen im Coop-Restland. Das kann man uns auch richtig verwöhnen. Danke Armin. Zusammen mit Coop bis Jahr 2000. Unter diesem Motto läuft bei uns weiterhin ein Wettbewerb mit grosszügigen Preisen. Diese Woche starten wir in die siebte Runde, gesponsert von den folgenden Marken. Toni Nukis, Gonesseur Mini Praline, Mastro Lorenzo Ristretto und Boulet Gordon Bleu von Goldstar. Als Hauptpreis verlassen wir, Sie haben es verraten, wieder ein schönes Auto. Und zwar das mal ein Audi A3 im Wert von 28'300 Franken. Mitmachen lohnt sich also. Der Gewinner oder die Gewinnerin des Audi A3 und weitere 150 Einsenderinnen und Einsender werden wie immer persönlich informiert. Schon jetzt herzlichen Glückwunsch. Wenn Sie im Laden eine Teilnehmerkarte holen, werfen Sie doch gerade noch einen Blick auf unsere Aktionen. Gaglia Melone aus Spanien kostet 3,20. Mit der Coop Supercard bekommen Sie Kaffee-Rand-Portionen zum halben Preis über. Und auf alle Arni Mini Biscuits gibt es 80 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Sie haben richtig gehört. Von morgen an wird die Go-Profit-Karte durch die Supercard abgelöst. Und das heisst nichts anderes als Profit plus Prämien. Sie profitieren wie bisher von den Go-Profit-Angeboten, kommen aber neu mit der Supercard zusätzliche Superpunkte für originelle Prämiengeschenke über. Für jeden Einkauf ab 10 Franken werden Ihnen Superpunkte gut geschrieben. Und bei jedem Einkauf wird Ihr Punktekonto grösser und grösser. Im Superkatalog sind auf 130 Seiten mehr als 500 ausgesuchte Prämiengeschenke aufgeführt, aus dem Bereich Sport, Garten, Reisen oder Kind. Auch allerhand Praktisches fürs Wohnzimmer, fürs Büro, für Küche oder fürs Bad können Sie mit Ihrer Supercard bestellen. Mehr über die neue Supercard erfahren Sie dann heute in einer Woche hier bei uns im Go-Studio. Danke für Ihr Interesse, weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.